In dem neuen Buch Essenheit, Essen tötet von Tabubankern Teeblessing Braun lernst du, wie eine tatsächlich gesunde Ernährung aussieht. Hierbei geht es allerdings nicht darum, konsequent auf alles, das dir schmeckt, verzichten zu müssen, sondern darum, was in welchen Mengen gut für den Körper ist. Besonders wichtig ist es Braun, dass jeder weiß, dass einige Lebensmittel sogar wie Medizin wirken können und daher nicht unterschätzt werden dürfen. Andersherum warnt er aber auch vor manchen Lebensmitteln, die in einem Übermaß sogar krebserregend sind. Ein sehr aktuelles Thema in Sachen Ernährung und Gesundheit ist Weizen. Auch Braun hat sich intensiv damit beschäftigt, wie der folgende Aufschnitt zeigt. Kapitel 1.3.2 Weizen Der Weizen der modernen Zeit hat nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun mit dem gesunden Weizen von früher. Durch Züchtung und Genmanipulation sind viele Getreidesorten, wie der Weizen, zu einer Hochleistungspflanze mit wenig Nährstoffen geworden. Weizen ist heute eine Kreuzung verschiedener Arten und enthält fast 50% Gluten, also Klebereiweiß, damit die industriellen Backprozesse perfektioniert werden konnten. Noch vor 50 Jahren hatte Weizen nur 5% Gluten. Durch Gluten entsteht die Elastizität des Teigs. Ohne Gluten ist es praktisch unmöglich, die uns bekannten Backwaren herzustellen. Laut Wikipedia ist Gluten, Kleber oder Klebereiweiß ein Sammelbegriff für ein Stoffgemisch aus Proteinen, das im Samen einiger Arten von Getreide vorkommt. Wenn Wasser zu Getreidemehl gegeben wird, dann bildet das Gluten beim Anteigen aus dem Mehl eine gummiartige und elastische Masse, nämlich den Teig. Der Kleber hat für die Backeigenschaften eines Mehls eine zentrale Bedeutung. Getreide mit hohem Glutengehalt sind Weizen, Dinkel, Roggen, Kamut, Emmer, Einkorn. Glutenfrei sind dagegen Hürse, Mais und Reis, Kinva, Amaranth und Buchweizen. Getreide mit wenig Gluten sind Hartweizen, Hafer und Gerste. Die Industrie benutzt Gluten auch als Klebstoff und genauso verklebt er unseren Körper und verhindert so die Aufnahme von Nährstoffen. Das führt zu einem Nährstoffmangel. Die Folge für den Körper sind chronische Entzündungen, die wiederum chronische Krankheiten wie Krebs verursachen. Außerdem beschleunigt es den Eiterungsprozess. Dr. William Davis, Kardiologe, zeigt in seinem Buch Weed Belly aus 2011, wie er uns genmanipulierter Weizen abhängig macht und sogar unsere Gedanken und unser Verhalten steuern kann. Die Weiterverarbeitung mit Chemikalien macht ihn dann noch mehr zu einer Gefahr für die Gesundheit. Weizenwampe, Weizensucht, Fettleibigkeit, Rettungsringe, Schizophrenie, Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Darmkrebs, Diabetes, Herzinfarkt, Übersäuerung, Müdigkeit, Osteoporose, Bluthochdruck und Allergien sind einige Krankheiten, die durch den Konsum von Weizen entstehen können. Wie alle Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten und Stärke sind, lassen Getreideerzeugnisse wie Brot oder Nudeln den Blutzuckerspiegel rapide ansteigen. Daraufhin produziert die Bauchspeisedrüse sehr viel Insulin, was eine vorzeitige Eiterung der Zelle zur Folge hat. So viel Getreide und Getreideprodukte bzw. die Mischung aus Getreide und anderen industriellen Lebensmitteln machen uns nicht nur krank, sondern auch schneller Eid. Menschen, die weniger Getreide essen, haben ein viel schöneres Hautbild. Sie haben weniger Falten im Gesicht, ihre Haut wird nicht so schnell schlaff und ihre Muskeln nicht schlapp. Weizenwahnsinn, mein Experiment. Wie Weißmehl mich depressiv machte. Der Zusammenhang zwischen Weißmehl und psychischen Krankheiten. Beobachtungen aus meinem Coaching machten mich noch aufmerksamer auf Weißmehl. Einige meiner Coaching-Kunden, die psychische Beschwerden hatten, liebten Weißmehl. Sie berichteten mir, dass sie manchmal Anfälle hatten, bei denen sie pures Weißmehl brauchten und zu sich nahmen. Einige mischten es einfach mit Zucker und aßen es. Andere mischten das Mehl mit Wasser und Zucker und tranken die Mischung oder sie machten schnell Pfannkuchen. Besonders bei Klienten mit starken psychischen Störungen wie Borderline waren Mehlprodukte fast eine Sucht. Eine Klientin rief mich an und sagte, Was hatte das Mehl dabei für eine Rolle gespielt? Das weiß ich nicht genau. Aber bei dieser Frau waren immer irgendwelche Mehlprodukte in der Nähe, wenn sie Anfälle hatte. Eine andere Klientin, die an Borderline erkrankt war, konnte innerhalb von nur 15 Minuten ein ganzes Baguettbrot aus Weißmehl in Stückchen reißen, in einfaches Öl tunken und essen. Weißbrot war für sie genauso schlimm wie die Krankheit selbst. Diese Verhaltensweisen brachten mich erst richtig darauf, über den Zusammenhang zwischen Weizen und psychischen Krankheiten wie Depression zu recherchieren. Ich machte dann mit mir selbst das Experiment und aß sehr viel Weißmehl in allen Formen, auch pur, wie diese Klienten. Nach fünf Tagen veränderte sich meine Stimmung total. Ich war tatsächlich depressiv und aggressiv. Ich fühlte mich allgemein unwohl, ohne einen Grund dafür zu haben. Ich wurde stetig kraftloser und fand kaum Antrieb für Sport, den ich normalerweise begeistert betreibe. Auf einmal trank ich viel Cola, ein Getränk, das ich normalerweise nicht mal einmal im Jahr trinke. Aber der Durst auf kohlesäurehaltige Getränke war sehr groß, auch auf Wasser mit Kohlensäure. In diesen fünf Tagen veränderte sich auch mein Zucker- und Salzkonsum enorm. Was ich wirklich sehr stark feststellte, war, dass ich, ein positiv denkender Mensch, auf einmal angefüllt war mit negativen Gedanken und Schuldzuweisungen an Dritte. Ich kam kaum noch raus aus meinen negativen Gedanken. Diese Stimmung verbesserte sich für einen Moment, wenn ich wieder Weißmehl zu mir nahm. Kurze Zeit später intensivierte sich aber diese Nervosität, und dieses Antriebslosigkeitsgefühl dann wieder. Natürlich berichtet Autor Braun nicht nur von Weizen. In seinem Buch »Essen Heid, Essen tötet« beschäftigt er sich umfangreich mit bekannten und weniger bekannten Lebensmitteln und ihren Folgen. Wenn du also mehr darüber erfahren willst, dann kannst du dieses Buch ab sofort in jeder Buchhandlung kaufen. Natürlich kannst du es auch im Onlinehandel oder unter www.indahi.de finden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.